Ich bin Christian Daubner. Ich bin Mustafa Isig. Wir sind beide vom Bayerischen Rundfunk und zuständig für das Projekt der Neue Nahe Osten. Wir haben uns da einiges einfallen lassen, eine große Doku gemacht zum Thema der Neue Nahe Osten. Sehr komplexe Materie, sehr emotionales Thema, sehr aufgeladen in der Bevölkerung. Viele schalten einfach immer ab und wir haben gesagt, nee, wir machen jetzt mal was anderes. Wir wollen, dass die Menschen einschalten und sich für dieses Thema interessieren. Dazu haben wir auch extra ein neues Tool entwickeln lassen, aber das erzählt am besten der Mustafa. Das mache ich gerne. Es ist ein sehr vielschichtiges, ein sehr komplexes Thema. Es ist sogar eine sehr lange Doku, die dabei rausgekommen ist. Und dann stellt sich die Frage, wie verortet man denn zusätzliche, tiefergehende Informationen mit diesem Video? Und was wir im Web machen können, ist, wir können auf die Zeit im Video, auf die Aspekte im Video, auf die Thesen im Video dann reagieren, wenn sie in der Sendung kommen. Und dasselbe können wir für Kommentare machen. Wir können Kommentare dann annehmen an den Stellen, wo sie Sinn machen. Und wir können diese Kommentare auch an den richtigen Stellen wieder ausspielen. Das heißt, wir können Kontext für zusätzliche Informationen herstellen.